let's go so hallo meine lieben tut mir leid ich sehe ein bisschen kaputt aus und mein zimmer sieht auch ein bisschen kaputt aus ich bin gerade am basteln das paket dahinten was ihr sieht das ist für lukas und ich denke das wächst auch noch dass also der karton könnte auch noch größer werden man weiß nicht so was so anfällt auf jeden fall geht es hier jetzt um lukas und mich das geht um die challenge lukas noch nicht wir haben uns ja was ausgedacht dass wir zusammen was basteln wollen er hat auf seinem kanal was gezogen also wir haben so themen drei verschiedene themen uns ausgesucht was basteln wir was gut die weg oder dies oder das oder und welches thema zum beispiel vintage oder universum rainbow oder so und was ist das pflichtelement also was soll dazu gehören zum beispiel washi tape oder so und ich habe gezogen regenbogen goodie bag und sticker habe ich gezogen und lukas hat auf seinem kanal gezogen wer von uns zuerst dran ist er hat das gleich gemacht auf seinem kanal ihr könnt gerne mal bitte bei ihm vorbeischauen er hat das gleich gemacht auf seinem kanal für mich hat gerade geklingelt nicht für mich nein er hat wir haben das zusammen gemacht und er hat aber gezogen wer von uns zuerst dran ist und er hat mich gezogen also basteln wir uns zuerst das heißt in wo die weg basteln der mit rainbow was zu tun hat mit regenbogen was zu tun hat und wo ein sticker drauf ist und lukas hat sein video gestern schon hochgeladen könnt ihr euch gerne mal anschauen was er gemacht hat ich finde das zucker süß was er gemacht hat auf jeden fall er hat sich müde gegeben das video finde ich toll er hat im video gebastelt ich lade es jetzt so hoch weil ich immer länger braucht was zu basteln also im video das zu basteln ist echt schwer und dazu dabei noch zu reden und zu erzählen und und das hat er echt teilweise gut drauf hat er gut gemacht und ja und ich habe das halt hinter der kulissen hinter den kulissen gebastelt ja und ich zeige euch mal was dabei rausgekommen ist also das hier habe ich zuerst gebastelt auch schuldigung da allein dafür gibt es schon 10.000 likes nach unten also ich zeige euch mein gut ja ja das ist so sieht das so aus gar nichts drauf sticker ist ein pferd in also ein pferd halt mit diesen farben ich habe einmal von tv sticker verwendet und einmal vom action und wenn ihr das auf macht ich habe das auch so wie lucas gemacht er hat schwarze klebepunkte glaube ich genau ich habe weiße wenn das eine seite aufmacht war die sieht schöner aus dann habe ich so regenbogenpapier benutzt so dass so klebt das ist auch an der seite von aussieht wie ein regenbogen und weiße umschläge habe ich benutzt ja sonst wäre das glaube ich zu wund gewohnt gewohnt hier ist auch noch mal regenbogen aber ich finde toll und habe hier oben noch die runden ab ab die ecken abgerundet ja das ist der beitrag zu meinem projekt zu unserem projekt das ist mein beitrag zu unserem projekt und weil es so schön war habe ich noch einen gemacht weil ich habe ein tausch paket und ich fand die so toll dieses papier wenn ich so toll das habe ich von ramona und ja es kommt auch immer darauf an was man für bastel materialien hat nahe zu hause ja und zum glück hat sie mir das geschenkt sonst ist echt schwierig das thema gewesen von dem her fand ich es einfach toll wie lucas das umgesetzt hat ich hatte jetzt zum glück dieses papier da und ja ich zeige euch den anderen noch mal der sieht ähnlich aus und zwar so das gleiche prinzip da habe ich das pferd hier oben hingeklebt ich habe gedacht das passt einfach wieder das genau tut der gleiche wie hier nur da ist der sticker oben da ist er unten und das ist halt regenbogen dann im inneren habe ich gerade das gleich gemacht hier wieder die klebepunkte angesetzt da das regenbogen papier die kleben halt noch sehr gut eigentlich wenn man das also eine kamera das zu zeigen ist schwer aber das ist wirklich süß also ich finde ganz 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 toll diese wo die bags so und ein krieg lukas mit in seine post rein den befehle ich natürlich noch und ein kriegt ein tausch ich ich habe eine tausch post und die bekommt dann den anderen okay wenn du willst kannst du einen aussuchen und den anderen dann packe ich damit also du darfst sein ich hoffe mein kleines video hat euch gefallen guckt doch mal bei lukas vorbei und er hat auch ein guter weg gebastelt wie gesagt nächste woche kommt von uns was anderes schon wieder was neues und seid gespannt und ich bin ziemlich kaputt ich habe mama heute haare gemacht und ab jetzt auch feierabend so video habe ich auch gedreht bin jetzt müde ich wünsche euch noch einen schönen abend und viel spaß beim gucken und wie gesagt ich hoffe meine goodie bags haben euch gefallen ich finde ihn sehr schön auf jeden fall so krass kannst du eins aussuchen das andere geht mit den tauscht post wie schon gesagt hat und ja gut wir sehen uns dann im nächsten video wieder ich hoffe ich habe nichts vergessen nächstes mal basteln wir das was lukas dann gezogen hat schaut doch mal bei ihm vorbei dann wisst ihr das was er gezogen hat alles klar tschüss meine lieben bis morgen oder die tage bis dahin tschüss